Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ein Video, welches so nicht geplant war, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber manchmal spielt das Leben anders als gedacht. Denn eigentlich wollte ich euch von meinem letzten Turnier in diesem Jahr berichten, auf welches ich mich wirklich sehr, sehr gefreut habe. Und anstatt des Turniers passierte das hier. Und ja, auf Instagram hatte ich das schon mal kurz reingeschmissen. Dass ich halt quasi einfach mich erst mal ein bisschen zurückziehe. Wegen halt eben der Hand und allem drum und dran. Und habe auch ein bisschen schon erklärt, was gemacht wurde. Das erkläre ich euch hier natürlich auch nochmal. Ich hatte zwar auch darum gebeten, dass man mir einfach ein bisschen Zeit lässt, um das Ganze auch für mich einfach so zu verarbeiten. Und dass ich dann, wenn ich soweit bin, da ganz in Ruhe darüber spreche, wie das passiert ist. Aber irgendwie ist das Thema Nummer eins. Und ich meine, klar, die Leute sind neugierig. Die wollen das wissen und ich kriege so viele Fragen im Moment. Wie ist das überhaupt passiert? Und erzähl doch mal, warum willst du das nicht erzählen? Und, und, und. Und da mir schreiben im Moment, also gerade längere Texte, sehr schwer fällt und ich auch wenig Lust habe, das jetzt fünfmal irgendwo breitzutreten, mache ich jetzt einmal dieses Video, wo ich euch erkläre, wie dieses Missgeschick passiert ist. Und ich sage euch jetzt schon, so spektakulär ist das gar nicht. Das Ganze ist am Freitag, dem 27.09. passiert, also genau vor einer Woche. Und, ja, es stand Turnier an und wie, das meinte ich gerade ehrlich, ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut, weil ich hatte eine Reitpferdeprüfung genannt. Und das ist eine Prüfung, die nicht nur Q, sondern mir extrem entgegenkommt, weil es halt einfach im Prinzip nur außenrum ist und vorwärts reiten. Und das ist das, was ich im Moment gut hinbekomme. Und das hat dann auch den Tag vorher im Training wirklich gut geklappt. Und, ja, es ging sehr, sehr früh los, weil wir ein bisschen weiter fahren mussten. Deshalb habe ich im Gästezimmer bei der Kim am Stall übernachtet sogar und habe dann morgens, ich war mir nicht aufgestanden, um halb vier, habe mich fertig gemacht, habe dann ganz, ganz in Ruhe den Q fertig gemacht. Also ich habe ihn geputzt, ich habe ihn eingeflochten und, und, und. Und habe ihn dann nochmal in die Box gestellt, damit er dann nochmal in Ruhe fressen konnte. Und das hat er auch gemacht. Ja, dann war geplant, also Abfahrt sollte sein um 5.30 Uhr, um halb sechs. Und ich habe dann um Viertel nach fünf das Pferd nochmal aus der Box, wieder aus der Box geholt und wollte ihn in die Putzbox bringen, um ihn fertig zu machen. Also halt dann nochmal wirklich einmal letzte Schicht drüber zu striegeln, Transportgamaschen anzuziehen und, und, und. Also ihn transportfertig zu machen. Jetzt ist es aktuell gerade so, dass Q merkt, dass er Kraft bekommt. Und, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich meine, das Pferd ist vier Grad in so einer Austestphase auch steckt. Und wir hatten vor zwei Wochen schon mal ein Problem. Das hat auch der ein oder andere mitbekommen, dass er mir da ja komplett abgehauen ist, also dass er sich losgerissen hatte. War auch einfach, aber auch aus einer blöden Situation heraus, weil, wie soll ich das erklären? Also ihr müsst euch vorstellen, Q ist für einen Hengst eigentlich schon sehr easy und sehr brav. Und ich lasse mich aber auch manchmal dazu verleiten, bin ich auch ganz ehrlich, wenn er so neben einem Herdappelt und was weiß ich was, dass man denkt, naja, da passiert halt auch einfach nichts. Und das sind jetzt so Momente gewesen, die mir halt einfach auch wieder aufzeigen. Es ist halt nicht mein Ruby, der halt immer neben mir herdackelt und dem nichts interessiert und sowas, sondern es ist ein vierjähriger Junghengst. Gut, also ich habe mal aus der Box geholt und habe ihn in die Putzbox gebracht. Und wie gesagt, es war eigentlich gar nicht so spektakulär. Ich habe jetzt hier, damit ich das so ein bisschen verdeutlichen kann, weil das ist schwer zu erklären, wenn man es nicht irgendwie gesehen hat. Also ich musste es vor Ort einfach ein paar Leuten auch zeigen, damit die verstehen, ah, so ist das gelaufen. Also in die Box rein. Ich habe ihn umgedreht, habe ihn angehalten und wollte ihn festmachen an den Ketten. Und Q hat sich aber gedacht, ey, Alter, hast du mal auf die Uhr geguckt, um die Uhrzeit, also machen wir jetzt hier nicht so einen Scheiß. Ich möchte gerne zurück in meine Box, würde gerne weiterfressen. Und ist halt einfach wieder losgelaufen. Er ist nicht losgerannt, nicht losgestürmt, aber er hat sich gedacht, ich gehe. Okay, entweder du kommst mit oder du kommst nicht mit. So, und ich habe eigentlich natürlich gedacht, ich komme nicht mit. Also wir bleiben hier, aber das hat halt nicht so ganz funktioniert. Und ich dachte, nein, ich lasse dich auch nicht los. Wir müssen das jetzt irgendwie regeln. Und dann bin ich quasi, ist er halt aus der Putzbox raus und um die Ecke und ich auch. Also ich war ja noch auf Schulterhöhe so bei ihm und habe dann einfach aus Reflex, ich habe jetzt hier mal gerade so ein kleines Handy-Stativ mitgenommen, damit ihr das versteht, quasi, er ist so um die Ecke raus und ich habe mich gegenüber an der Box aus Reflex, quasi mit der linken Hand, so an der Gitter, an den Gitterstäben festgehalten. Also ich habe einfach nur quasi für mich ein Gegenpart gesucht, einen Ankerpunkt, dass ich ihn halten kann, dass er nicht weitergeht. Jetzt müsst ihr euch das so ein bisschen natürlich spiegelverkehrt vorstellen. Das heißt, er ist weitergegangen und ich habe dann quasi irgendwann mit ausgestrecktem Arm so an den Gittern gehangen und er ist auch stehen geblieben. Also er ist nicht weitergegangen, also der Zug hat schon in dem Moment gehalten. Das Problem war dann nur, dass er dachte, er geht doch nochmal, also er versucht nochmal einen Schritt weiter zu gehen und meine Hand war halt quasi schon in dieser Position, so halbwegs gerade und in dem Moment, wo er nochmal einen Schritt gegangen ist, habe ich so eine Rotation ins Handgelenk, also in die Hand bekommen. Also ich habe einmal so gemacht, so. Und dann hat es knack gemacht. Also das Pferd war immer noch bei mir und alles. Aber das waren halt einfach dann 600 Kilo zu viel Belastung in dem Moment auf der Hand und dann habe ich es auch gehört, dass es einfach kaputt war. Und es war ja auch Gott sei Dank mit mir, Leute im Stall, die haben wir die dann abgenommen, die haben wir dann in die Putzbox, haben wir hingestellt. Das ging dann auch alles einwandfrei. Also, ne. Und dann habe ich so auf dem Boden gesessen. Also ich habe mich so hingekniet und habe so, mein erster Versuch war zu gucken, ich wollte ja Turnier reiten, kann ich meine Faust schließen? Und das Ding war, ich konnte meine Faust schließen, nur mein Mittelfinger leider, der hing irgendwie, ich kann das gar nicht nachmachen, weil es gar nicht geht, hier so auf Höhe vom Ringfinger irgendwo so runter. Also, ja. Und es wurde auch hier oben am Nagel und auf der Rückseite sofort blau, also waren sofort Einblutungen da. Jetzt waren wir also nicht nur mit Q unterwegs, sondern mit mehreren Pferden und dann haben wir auch erst mal gesagt, wir verladen alle und wir fahren, also die fahren los. Und ich habe dann aber halt schon gemerkt, also da ist mehr als nur irgendwie mal ein Finger verknackst oder sowas, dass da scheint mehr kaputt zu sein. Es tat halt irgendwann natürlich auch weh. Und dann habe ich mit der Kim halt ausgemacht, dass wir Reitertausch machen, dass sie reitet, weil dass der Q halt einfach nochmal läuft, dass er auch so ein bisschen seine Erfahrung sammelt. Und sie hatte eh noch einen Startplatz in der Prüfung und das war auch, der Veranstalter war super und hat das echt ohne Probleme gemanagt und so, obwohl eigentlich am Tag vorher quasi Abhackschluss war. Aber dadurch, dass ich ja eh, also ich hatte ja abgehakt quasi da stand und in der ersten Gruppe gewesen bin und Kim auch mit dem anderen Pferd, was sie reiten, also geritten ist auch, in der letzten Gruppe war, war das eh kein Problem. Also sie mussten nur Namen austauschen. Aber das war trotzdem halt nochmal vielen Dank, dass das so funktioniert hat. Und ja, genau. Also fand das Turnier quasi ohne mich statt, also ohne mich auf dem Pferd. Ich war natürlich wirklich sehr traurig. Die Prüfung lief echt gut. Er war auch brav auf dem Turnier und hat sich wieder benommen. Das war ja das erste Hallenturnier jetzt auch für ihn. Es war in der Halle drin und er lief natürlich überall vorbei. Der hat überhaupt keine Anstanden gemacht, dass ihn irgendwas stört. Es hat angefangen zu schütten während der Prüfung. Das hat aufs Hallendach eingeprasst. Das hat ihn echt nicht gebockt. Ich werde auch in einem separaten Video die Prüfung nochmal hochladen, euch das nochmal genau zeigen. Er war nicht platziert, aber er hat eine 7-0 bekommen am Ende. Also als Gesamtnote von allen Teilnoten. Ich denke, das wird vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein, das Video. Gerade die mir bei meinem letzten Video über meinen ersten Turnierauftritt nicht zugehört haben und kommentiert haben, ne, das Pferd läuft viel zu eng. Alter, was soll ich denn noch machen? Also mehr als sagen, dass ich zu dumm bin zum Reiten, kann ich auch nicht. Also ja, auf jeden Fall wird das dann nochmal interessant, weil ihr dann halt eben sehen könnt, auch wie Q unterm Profi läuft. Ja. Ja, genau. Also das zum Turnier. Was ist jetzt eigentlich mit dem Ding hier letztlos und passiert? Also wir sind dann natürlich zum Arzt. Meine Eltern haben mich dann abgeholt. Dann sind wir in der Unfallchirurgie hier bei uns im Ort weiter. Dann haben die ja natürlich erstmal Röntgenbilder gemacht. Also es war ganz lustig, weil die hatten dann die Hand sauber gemacht und ich lag so mit der Hand so auf so einem Tischchen. Also stand ich, saß ich im Raum und dann kam so der Arzt rein, setzte sich auf so einen Stuhl, der so rollte, switchte so vor mich, guckte so auf die Hand und sagt, der ist kaputt. Das sehe ich so. Und so wie das aussieht, muss das wahrscheinlich auch operiert werden. Wir machen ein Röntgenbild. Super, Dankeschön. Alles klar. Also ich zum Röntgen und natürlich, ja klar, also mir war es ja wie gesagt bewusst, dass was gebrochen ist, weil ich habe es A gehört, B habe ich es gemerkt. Und das ist quasi hier der Mittelhandknochen, das zeigt euch auch gleich das Röntgenbild, der ist quasi durchgebrochen und zwar nur der mittlere Mittelhandknochen, wie ich später dann auch erfahren habe von meiner Handschirurgin, die mich operiert hat, dass das eine extreme Rarität ist, weil der eigentlich nie alleine bricht, sondern eigentlich immer nur in Kombination mit den anderen Knochen. Und das, ja, gut. Also, Röntgenbild gemacht, erste Gipsschiene verpasst, alles klar. Freitags war ich ja da, montags morgens 7.30 Uhr gleich OP-Termin bekommen. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Jo, dann ging es dann halt, also das Wochenende habe ich dann irgendwie so hinter mich gebracht, habe auch die Pferde organisiert, also habe frisches Zeug überall hingebracht, weil ich mir auch bewusst war, dass ich so schnell kein Auto mehr fahren kann und, und, und. Und die Pferde sind natürlich bestens versorgt, also da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Auch wenn mir zu Hause jetzt nach ein paar Tagen, nach einer Woche schon die Decke auf den Kopf fällt, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, also Montagmorgen dann OP und im Nachgang betrachtet verlief die leider nicht so einfach, wie erhofft. Also eigentlich sollte mich auch ein normaler Chirurg operieren und die haben aber dann kurzfristig umgeswitcht und mir doch eine Handchirurgin an die Seite gestellt, weil die sich doch nicht sicher waren, ob das so einfach ist, wie es halt eben auf dem Bild aussah. Und so war es halt auch nicht. Also sie hatte gesagt, das Problem war bei mir halt einfach, dass meine Hand allein schon so extrem geschwollen war, dass man es hätte nicht operieren können, weil sie eigentlich zu dick war. Aber der Bruch so war, dass man es operieren musste. Also zwei Indikatoren, die eigentlich so nicht ganz zusammengepasst haben, aber gut. Es musste halt gemacht werden, also ging es halt für mich Montagmorgen dann in OP. Ich glaube, so kurz vor 8 bin ich in einer Vollnarkose dann eingeschlummert. Das Problem bei diesem Bruch war, dass der also nicht nur einfach, ich sag mal, knack gemacht hat und der Knochen quasi durch war. Normalerweise, wenn ein Knochen zum Beispiel bricht, dann liegen halt die Bruchenden so aufeinander. Na, dann kann man das wunderbar fixieren. Das wäre natürlich zu einfach gewesen, wenn das bei mir passiert gewesen wäre. Nein, also ich habe A also nicht gerade gebrochen, sondern ich habe wie so einen Rotationsbruch. Also ich habe eine Drehung, dadurch, dass ich diese Drehung im Gelenk also in der Hand gemacht hatte und meine Bruchkanten lagen nicht so, sondern sie waren so auseinandergeschoben. Ja, und da war halt das Problem, dass da halt genau in diesem Zwischenraum A es schon halt extrem eingeblutet hatte, also dass ich ein Bluterküschchen reingeschoben hatte und besonders hat sich meine Sehne wohl irgendwie aus der Hand auch noch dazwischen geschoben. Und ja, das war wohl halt viel Frimmelei und es war halt auch noch gesplittert natürlich. Also es ist auch einfach nicht nur in einem Stück einfach gebrochen. Nein, es war gesplittert. So hatten sie es erst versucht, eigentlich nur ein Draht hinzubekommen. Das ging halt gar nicht, das hat überhaupt nicht gehalten. Und dann haben sie mir doch eine Platte reingemacht mit sechs Schrauben und haben dabei bei der OP auch noch festgestellt, dass mein Mittelfinger im oberen Teil hier vom Gelenk auch noch gebrochen war. Da habe ich jetzt so einen Drahtstift, wie man es auch immer genau nennt, drin. Der wird aber wahrscheinlich in ein paar Wochen auch wieder gezogen. Der wird jetzt nicht ewig drin bleiben, hoffe ich. Und jo, genau. Also das war dann das, was bei der OP rausgekommen ist. War dann Dienstag zur Nachbesprechung. Und die Prognose sieht momentan wie folgt aus. Sechs Wochen, gar keine Belastung. Also mir wurde nochmal intensiv gesagt, dass das keine einfache Verletzung war. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment einfach aussah. Also es ist schon eine schwerwiegende Verletzung gewesen, die ja nicht so einfach zu reparieren war. Aber sie haben es wirklich sehr gut hinbekommen. Also das muss ich auch sagen. Also es wurde mir auch von anderen Ärzten, die sich die Röntgenbilder angeguckt haben, bestätigt. Die haben das wirklich fantastisch hinbekommen. Aber es wird halt ein längerer Weg. Wenn ich Glück habe, darf ich in drei Wochen quasi die Gipsschiene abmachen. und dann anfangen, ja, leicht anfangen, die Finger komplett wieder zu bewegen. Im Moment kann ich ja eben durch die Schiene auch nur so diese so machen. Das soll ich auch, damit die Finger eben nicht ganz versteifen, aber mehr als ist halt nicht drin. Ja, und alles andere wird sich zeigen von Woche zu Woche. Also wie gesagt, in sechs Wochen gar keine Belastung irgendwie auf die Hand. Und dann wird das wahrscheinlich über Teilbelastung, Physio, was weiß ich, keine Ahnung, Ergotherapie. Ich lasse mich überraschen gehen. Es nervt furchtbar. Es nervt furchtbar. Also ich meine, ich sitze jetzt hier auch nicht so, weil ich denke, es sieht cool aus, so mit der Kappe verkehrt. Das Problem ist, Leute, ich kann mir mit einer Hand keinen Zopf machen. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, der Zopf ist von gestern. Also den hat mir gestern einer am Stall reingemacht. Caro, der hält wunderbar, vielen Dank dafür. Ich sehe halt auf dem Kopf nicht mehr so ganz so frisch aus. Man sieht es hier hinten aus, da kommen so die Haare raus. Deshalb habe ich mir jetzt einfach diese Kappe andersrum aufgezogen, weil ich mir halt alleine, außer Haare kämmen, aber mehr nicht mit den Haaren machen kann. Ich kann mir noch nicht mehr, keine Ahnung, einen Toast machen und schneiden. Ich kann ja nicht schneiden. Ich kann nichts in die Hand nehmen. Ich kann keine Jeans anziehen, weil ich keine Knöpfle zumachen kann. Also alleine. Und das Thema ist halt, ich meine, jo, ich sitze jetzt erstmal ein bisschen zu Hause rum und alles. Aber ich kann ja nicht von meiner Familie verlangen, dass sie zu Hause rumsitzen. Also muss ich halt irgendwie noch irgendwie halbwegs selbstständiger sein, was ich ja auch sein will. Weil ich bin ja ein sehr selbstständiger Mensch und ich hasse es auch einfach, weil ich auf andere Leute angewiesen bin. Ist einfach so, bin ich ganz ehrlich. Ja, also spaßig wird es nicht. Und ich denke, ich werde mich in einem oder anderen Tag auch noch ärgern. Das größte Übel eigentlich für mich ist, dass ich einfach kein Auto fahren kann. Also solange dieses Ding dran ist, geht gar nichts. Das ist einfach, aber da ist auch einfach das Risiko zu hoch, bin ich ganz ehrlich. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen, mich so in ein Auto zu setzen und trotzdem irgendwie zu fahren. Auch wenn ich eine Automatik habe. Aber man muss halt auch vorstellen, ich meine, ich fahre zum Beispiel zum Q in den Stall. Ja, eine Dreiviertelstunde. Und das ist halt nicht mehr eben um die Ecke gefahren. Und da fahre ich über Autobahn und, und, und. Und also, nein, also das will ich mir auch selber gar nicht zumuten. Das wird jetzt auch irgendwie, das kriegen wir alles hin natürlich. Es wird halt einfach nur dauern. Das heißt, bis ich das nächste Mal wieder auf dem Pferd sitze, bis ich das nächste Mal wieder auf dem Q sitze. I have no idea. Das kann echt jetzt ein bisschen Zeit ins Land gehen. Aber wir kriegen es hin. Ich halte euch trotzdem weiter auf dem Laufenden. Eventuell steht trotzdem noch mal ein Turnier an mit dem FOKO. Das werden wir aber kurzfristig entscheiden, wie dann Wetter und alles sich weiterentwickelt und, und, und. Genau. Okay, das war es. Viel dumm gelaber, aber der neueste Stand. Jetzt seid ihr alle, wisst ihr alle Bescheid. So rum. Und keiner bleibt mehr wieder im Trüben. Wie ist das denn passiert? Ja, sorry für die, die auf eine spektakuläre Geschichte gehofft haben. Nicht, was weiß ich was. Keine Ahnung. Ich habe mich mit Pferd irgendwie auf die Fresse gelegt oder der ist mir auf die Hand gelatscht oder was weiß ich was. Nee. War nicht, war nicht so. War einfach, einfach doof. Einfach, ne? Hätte man nicht gedacht, dass das in dem Moment tatsächlich passiert. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao meine Lieben.